Die drei Finger verwende ich und zwar nehme ich die Sehne mit den Fingerspitzen gerade. Die drei Finger verwende ich den Fingerspitzen. Jetzt musst du ihn wieder lassen, nicht Träbi. Das ist ein Problem. Was hast du? Was hast du? Hey, ich habe ein Problem. Der kann bis zu 2000 Liter in der Minute liefern und der Dachwerfer, der kann jetzt, so wie es bei dem Auto ist, von sogenannten Harret-Lösch angebracht sind, was wir da vorhin gesehen haben. Ja, wenn es runterfällt, einfach wieder aufsteigen. Was ist das? 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 Aber in diesem Sinne haben wir uns noch 4 für 2 reingekommen. Ich habe gemessen, dass wir uns jetzt gespielt haben. Ich habe gemessen, dass wir die Reingekommen haben. Ich habe gemessen, dass wir die Reingekommen haben. Diese Gemeinschaft, die wir erleben durften, diese sollte auch heute hier bei dieser wunderschönen Messe nochmals von den 615 Feuerbehebendlichen aus den Bezirken Urverumgebung und Freistaat erlebt werden. Ich wünsche euch noch einen schönen Schmodlin-Geschlag. Schön, dass ihr alle da seid. Dankeschön. Dass er Erde, Wasser, Feuer, Luft gibt, damit wir überhaupt leben können und gut leben können. Und so möchten wir auf dieses Keim zusammenführen in den Gottesdienst. Ich wünsche euch noch einen schönen Schmodlin-Geschlag. Euch ein großes Dankeschön für die motivierte Mitarbeit in den letzten Tagen und auch in der Vorbereitung. Dankeschön. Wir haben trotzdem fast 80 Personen über einen Tag beschäftigt. Also jeden Tag 80 Personen von der Gemeindebevölkerung mit meiner Mannschaft. Herzlichen Dank. Die süßen Gnädel, die sind verschluckt worden, das waren insgesamt 2500 und heute 750 Händeln. Also die waren weg wie nur. Danke für euren großen Hunger. Das ist, glaube ich, der beste Beweis für eine gute Küche. Dankeschön. Gätern. 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 Hallo, habt ihr sonst auch noch was da? Sauburg fahren. Sauburg fahren. Und bei dir? Hey, cool. Ein lässiges, nettes Lager. Ich bin der Überzeugung. Ich glaube, ich habe jetzt gewinnen können, dass es Spaß gehabt hat. Und so solltet ihr weitergehen in den Ferien. Hat sich ein bisschen erholen. Habt ihr viel Freude. Zusammen mit euren Eltern, wenn ihr auf Urlaub fahrt. Danke an alle guten Geister dieses Feuerwehrjugendcamps, dieses Müllwirklerjugendcamps, den Organisatorinnen und Organisatoren. Gratuliere dazu und euch Jugendlichen wünsche, noch schöne Ferien. Und ich hoffe, ihr behaltet das Lager hier keinen Schlag lang in Erinnerung. Danke. Noch schöne Ferien und alles Gute für eure weitere Zukunft. Danke vielmals. Ich ziehe den Hut vor euch. Lasst euch die Ferien noch weiterhin. Genießt es gleich und lasst euch das Gute getan. Danke. 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 Das Geschenk, das da jetzt herantragen wird, das ist von den Burschen, das ist wirklich von den Burschen und Mädels. Danke, Herr Ramm! Danke, Herr Ramm! Acht Acht! Mit einer lauten und kräftigen Überhörer von Jugenslager Abrechti! Danke, Herr Ramm!